hallo und herzlich willkommen wieder zu einer normalen folge minecraft server let's play schön dass ihr wieder mal dabei seid und ja vorhin gerade noch ein bisschen erger in the sky ist aufgenommen hat das modpack gehen jetzt hier mal gucken wie es unsere stadt und alles andere aussieht dass man sieht was ich mache wieder mal so ist eigentlich ganz nicht viele gewachsen nicht so viel wie ich gedacht habe ich hätte gedacht dass da mehr ist aber anscheinend nicht so okay hier ist auch nicht groß gewachsen außer bis in millionen die machen uns gerade mal kaputt warum mache ich das mit der die macht man nämlich so kaputt kommt stehen wir wieder hin und dann erstmal hier räumen weg hier dann kommt das hier rein ich habe nicht mehr die spikes wie beim anderen server war schön skis hat sie richtig umgepackt sind da mal die richtigen zwei spikes gehabt aber das macht echt keine langen oder so warum ist die farme schon wieder leer hä täglich nicht da kommt noch nicht rein da auch gesperrt komisch warte fliege ok 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 können wir eigentlich die farme der markt waren ok 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 So, wir werden da wieder anpflanzen. Das muss ja ab und zu immer sein, hier wieder ab und zu abfahren, für wie der hier nachgewachsen ist. Jetzt muss ich keine Hau mit, schluss. Egal, dann muss es so reichen, jetzt halt. Kann ich immer nachher noch reparieren irgendwann. Hau! Hau! Wo, der Po. Das ist so alt. immer wieder die Satz-Irgend-Von-Hier, das ist ja nicht die A-Größte, aber es ist groß, es ist groß. Da gibt's größere, aber das ist ja kein Problem. Ah, Lücken ausgelassen. Ja, passt. Ah, guck mal, da hat man einen Stecksamen. Was ist denn sowas? Ja. So. Da gehen wir jetzt endlich mal die andere wieder anpflanzen. Selbst nochmal ein bisschen orientieren, wie lange ich noch im Dorf war. Zwischenzeit. Ja, so, dann hätten wir die mal aufgebraucht. Also. Passt schon, ne? Der Top. Dann hätten wir das auch schon. Hätte er das nachgepflanzt. Ah. Ja. Bällchenkiste. Tap, tap. So. Was sieht jetzt hier aus? Wie wird das noch mit... Das Hochgewachsenen, so. Wie schnell das Zeug nachwächst, das ist extrem krass. Komm, das steht hier wieder und dann ist es wieder nachgewachsen. Warum mache ich das? So, jetzt habe ich den Stack. So, dann gehen wir nochmal... Jetzt mache ich es mit dem falschen Werkzeug. Scheiße. So, und dann nochmal... So. Dann können wir die Hilfe räumen. Oha. Noch was liegen lassen. So. Wenn wir das auch erledigt. Gut. Jetzt zu. Gut. Dann gehen wir... Und mal gucken, was die Kürbiswaben so treibt. Obwohl, ich kann jetzt... Ah, guck mal. Die könnte ich mal abwehren. Okay. Und jetzt... So. Hier ist gar nichts gewachsen um... ...un Kürbisse. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. und dann sieht man sich das nächste Mal und bis zum nächsten Part. Tschüss!